Hallo, heute werden wir die KI-Funktionen in der Bricksbox benutzen, um uns Beispieldatensätze für unseren Workspace zu erzeugen. Dazu werden wir noch einiges an JavaScript lernen, Debugging, Konsolen-Log-Funktionen sehen und das Ganze noch ein bisschen vertiefen. Keine Angst, am Ende wird da auch nur ein sehr kurzes Script bei rauskommen, aber ich werde ja keine JavaScript-Schulung an sich geben. Ich werde natürlich rechts und links auf ein paar Funktionen in JavaScript eingehen und vor allem wie die in Verbindung mit der Bricksbox funktionieren. Wer aber jetzt grundsätzlich überhaupt keine Ahnung von JavaScript hat, da gibt es eine Menge Tutorials unter YouTube und sonst natürlich im Internet. Man muss da kein Hardcore-JavaScript-Experte sein und vor allem auch der Webseitenteil ist nicht sehr, sehr wichtig für die Bricksbox. Dazu haben wir ja unsere Bricks-API-Funktionen, aber wer da auf Verständnisprobleme stößt, der muss vielleicht mal rechts und links noch sich ein paar andere Quellen für JavaScript-Tutorials heranschaffen. Das kann ich nicht alles abdecken hier. Schauen wir uns an, wie das in der Praxis funktioniert mit der KI und JavaScript und unseren Events und legen mal los. So, als allererstes würde ich gerne dafür eine App machen, die nicht wirklich irgendein End-User irgendwann mal zu sehen bekommen sollte, die wahrscheinlich auch nie im Menü oder sonst irgendwo verknüpft ist, aber die ich einfach benutzen kann als Vehicle und die ich wahrscheinlich auch nur im Editor selber benutze. Ich nenne die mal Create GPT Addresses. Name ist eigentlich egal. Ist halt eher so ein Spielplatz für mich. Die ganzen App-Properties spielt auch keine Rolle. Er braucht keinen vernünftigen Titel. Was mir hier vorschwebt, ist eine App mit einem Button einer Liste. Der Button soll Adress-Datensätze nach unserer Vorgabe über Chat-GPT erzeugen lassen und die dann in der Liste darstellen. Und dann werden wir im zweiten Schritt oder im dritten Schritt noch einen weiteren Button dazu machen, der die Datensätze dann nimmt und als persistente Datensätze in unsere Adress-Tabelle reinschreibt. So, fangen wir als erstes mal mit unserer typischen Row an und legen darunter einen Button an, der heißt Create oder der bekommt das Label Create. Erzeugen, wunderbar. Dann noch eine weitere Row und die bekommt ein Grid. Das Grid, dem gebe ich die ID, Grid Addresses, soll unsere Adressen anzeigen. So, speichere das mal kurz ab, damit wir da nichts verlieren. Und dann füge ich dem Button jetzt ein OnClick Event hinzu. Das wird jetzt, das Event soll erstmal einen Beispiel-Adress-Datensatz aus unserer Datenbank lesen, den Datensatz als Beispiel zusätzlich zu einem Eingabe-Prompt an OpenAI's Chat-GPT-Schnittstelle geben, das Ergebnis davon zurückbekommen und das in der Liste strukturiert darstellen. Da sind also mindestens zwei Operationen drin, den Datensatz zu laden und über OpenAI die Daten zu erzeugen, die etwas Zeit brauchen könnten und wir wollen nicht, dass der User wie wild auf der Applikation rumklickt. Deswegen machen wir die erste Checkbox schon mal an, Block Input During Event Execution. Dann wollen wir das Ganze auch nicht automatisch durchlaufen lassen, das ganze Event und darauf vertrauen, dass das schon alles funktioniert. Das ist eine etwas komplexere Operation. Da würde ich gerne die Zwischenschritte sehen und auch wie die Daten, die die Zwischenschritte erzeugt haben, sehen, ob die da passen und will das Ganze nicht x-mal wiederholen, weil so eine Chat-GPT-Operation, die dauert auch schon mal ein paar Sekunden und da will ich jeden unnötigen Zyklus vermeiden, einfach damit es schneller geht. Deswegen mache ich noch Insert a Breakpoint for Debugging an. Das bedeutet, die Bricksbox erzeugt uns automatisch ein Debug Breakpoint, bevor dieses Event losgeht. Jetzt haben wir aber noch gar keinen Source Code drin und als allererstes möchten wir mal einen Adress-Datensatz laden, damit wir mal ein Beispiel haben, wie in der Bricksbox überhaupt Adress-Datensätze aussehen. Dazu lege ich eine Variable an und nenne die mal Address- oder ADR-Record. Und wo bekomme ich die her? Auch von unserer Bricks-AP natürlich und der Befehl, den wir hier suchen, ist Load Config-Record by ID. Also wir wollen also eine App oder Config-Record laden und dazu eine Record-ID mitbringen. Was wollen wir laden? Wir wollen den Address-Record laden und zwar mit der ID 1. Wir könnten auch 2 oder 3 nehmen, die haben wir ja alle angelegt, da weiß ich, die existieren. 1 müsste Max Mustermann sein. Natürlich kann ich mir das auch wieder im Wiki anschauen und hier sehen wir dann auch, wie der Beispielaufruf wäre. Hier wird Bricks-AP benutzt, ich benutze App, das ist nur kürzer, aber sonst das Gleiche. Load Record by ID und hier ist auch schon Address als Beispiel benutzt, benutzt man natürlich häufig. Hier wird nur die 15 geladen und nicht die 1. Aber ansonsten ist das eigentlich genauso, wie ich das selber brauche. Ich mache das also auch hier rein. Address wollen wir laden. und zwar den Record mit der ID 1. Sieben Kohlen dahinter. Jetzt gehen wir das Ganze mal in der Konsole aus, damit wir sehen, wo wir dran sind. Wir werden das Ganze aber auch im Debugger live sehen. Deswegen wäre das jetzt nicht ganz so wichtig, aber auch die Konsolenausgabe kann zu Debugzwecken hilfreich sein. Lassen wir das Ganze mal so. Das wird noch ein bisschen länger, dieses Skript, aber ich lasse es jetzt mal dabei und wir schauen uns jetzt den ersten Schritt mal an beim Debuggen, was das bedeutet und was da beim Debuggen auf uns zukommt. Ich speichere auch die App noch mal kurz zwischen. Und jetzt öffne ich mit F12 die Debug Tools von Edge, Chrome oder was auch immer ich benutze. Das habe ich jetzt hier. Das wollte ich nicht. Beim Safari sieht ein klein bisschen anders aus. Da muss man irgendwelche Entwickleroptionen anschalten. Habe ich jetzt gerade kein Beispiel, aber vielleicht mal googeln, findet man schon. So, da sind vor allem zwei beziehungsweise drei Tabs wichtig für uns, nämlich Konsole, Quellen und Netzwerk. Quellen haben wir unseren Source Code. Da werden wir gleich automatisch hinspringen, wenn der Debug, der Breakpoint getroffen wird, wenn ich auf den Button klicke. In Konsole stehen die Ausgaben, die ich mit Konsole lockt da rein gemacht habe und natürlich auch noch Ausgaben, die die Bricksbox sowieso reinschreibt, die ich nicht als im Event jetzt explizit da genannt habe. Und unter Netzwerk sehen wir, welche Operationen die Bricksbox mit dem Server oder sonst irgendeinem anderen Server ausführt. Kann auch mal sinnvoll sein, da reinzuschauen. Ich bleibe mal auf Konsole stehen, aber wenn ich auf den Button klicke, werden wir sehr schnell auf Quellen springen, werden wir vielleicht hier kurz was aufblitzen sehen. So, hier stehen wir jetzt an unserem eingefügten Debug Breakpoint, den die Checkbox da automatisch eingefügt hat. Wir sehen also unseren Event Source Code, das ist der ganze Source Code und die Bricksbox selber, die Zeilen bis 10 hier automatisch eingefügt. Hier sehen wir zum Beispiel Bricks API gleich App, haben wir also eine konstante, ein das kürzer ist und es mehrere verschiedene Schreibweisen geben kann. All diese vorbereitenden Sachen. Da kommen wir in verschiedenen anderen Abschnitten noch drauf, auch was Parent App bedeutet und No Wait und so weiter, aber muss uns erstmal nicht interessieren. Für uns ist relevant der Nutzdateninhalt oder das, was wir selber als Event Code da reingeschrieben haben und was direkt dann unter Debugger in Zeile 13 und 14, da erkennen wir unsere Zeilen ja schon wieder. Wir sehen hier vielleicht noch, da ist ein Await, was wir nicht selber reingeschrieben haben. Diese asynchronen Await Operatoren, die man braucht, um vernünftig mit dem Server kommunizieren zu müssen, wo man aber ein bisschen Know-how für haben muss, wann braucht man es und wann nicht. Das nimmt die Bricksbox einem hier komplett ab. Wir erzeugen diese Awaits an der Stelle, wo sie nötig sind, automatisch rein. Diese Asynchronität und die Komplexität beim Programmieren braucht man sich also nicht kümmern. So, wir stehen hier auf diesem Debugger Punkt. Der ist grün markiert. Das ist der Punkt, an dem wir gerade dran sind. Wir können jetzt mit F10 hier Schritt für Schritt durchgehen. Mit F8 würden wir komplett weiterlaufen bis zum nächsten Breakpoint. Ich mache jetzt mal F10. Beim ersten Schritt passiert noch gar nichts, das ist nur dieser Debugger Punkt. Beim nächsten F10 drücken, wir sehen im Moment ist noch ADR Record Undefined und der Befehl würde jetzt beim nächsten F10 drücken hier ausgeführt. Ich mache das mal. Da ist jetzt eine gelbe Box aufgeploppt. Das hat aber nur zu tun, weil ich jetzt so lange im Debugger gestanden habe und die Online-Kommunikation im Moment unterbrochen ist. Die wird sofort fortgesetzt, wenn ich hier einmal F8 drücke. Was ist hier passiert? Der Address Record ist geladen worden und wenn wir uns dieses Objekt mal hier anschauen, dann sehen wir also wir haben ein Objekt. Da ist noch so ein Return Event Type drin und die ID nochmal auf der Ebene. Da ist aber auch ein Data Objekt nochmal eingebettet und da ist unser konkretes Adressdaten Objekt mit City, E-Mail und so weiter von unserem Max Mustermann. Inklusive der ID, die ist ja quasi zweimal drin. Einmal im Nutzdatensatz und einmal in diesem ummantelnden Datensatz ist die zusätzlich drin. Aber das ist ja die Struktur, die wir eigentlich ChatGPT zeigen wollen und sagen, davon hätten wir jetzt gerne noch ein paar andere, die so ähnlich aufgebaut sind, aber nicht Max Mustermann sind. Diese Data Struktur. Jetzt gehen wir das Ganze mit Log noch aus. Im Moment ist auf der Konsole hier, gut außer diese Statusmeldungen, die sind inzwischen reingekommen und das Event, was ausgeführt worden ist, nämlich das OnClick Event auf der CreateGPT Address App auf dem Control, dem ich keinen Namen gegeben habe. Das ist also auch mit protokolliert worden. Und wenn ich jetzt noch einmal weiter stippe, würde dieses Address Record gelockt und müsste dann auch in der Konsole stehen. Ich drücke jetzt nochmal F10, gehe auf die Konsole zurück und dann sehen wir also diese Ausgabe kann mich hier auch wieder durchklingen. Jetzt hier auf Quellen zurück und jetzt drücke ich F8, damit es einfach weiter läuft und wir können hier dann weitermachen. So, da haben wir schon mal das Debuggen gesehen. So könnte ich jetzt auch Schritt für Schritt durch mehr Source Grid durchgehen und wir werden jetzt mehr Source Grid da rein machen. Mit F12 mache ich das mal kurz wieder zu, damit ich hier mehr Fläche habe. Jetzt habe ich schon wieder drauf gedrückt. Das wollte ich eigentlich nicht. Das läuft jetzt mal wieder. Hier wollte ich drauf klicken. So, jetzt haben wir den einen Adressdatensatz geladen. Diesen ummantelnden Datensatz, den wollten wir ja eigentlich nicht haben. Wir wollten eigentlich den Datateil daraus haben und das würde so aussehen. Ich führe das nochmal kurz aus mit Konsole. Da brauche ich aber, ich drücke mal kurz drauf und hier drücke ich direkt F8, weil ich schaue mir das nur in der Konsole an. Hier haben wir also einmal den gesamten Datensatz gelockt und dann als nächstes nur diesen Inhaltsteil und der interessiert uns vor allem. Okay, ich beende das wieder. Dann schauen wir jetzt mal hier rein. So, jetzt brauchen wir unsere Anbindung für ChatGPT. Ich habe mir das schon mal kurz vorbereitet, wie das aussehen könnte und dann schauen wir uns das mal im Detail an. Und das mache ich hier mal kurz weg und dann formatieren wir das mal ein bisschen schöner und die Leerzeilen mal weg. So, auch hier haben wir einen Aufruf von unserem App-Objekt und die Methode, die wir jetzt hier nutzen, ist BricksGPT. Ist auch hier beschrieben und hier steht auch OpenAI-IP-Key must be stored in the Workspace-Setting. Zeige ich gleich nochmal, der muss hinterlegt sein, sonst haben wir keine gültigen Zugangsdaten für OpenAI. Das wieder zu. Wie funktioniert der Aufruf also? Wir haben einmal den System-Teil, der setzt sozusagen die Bühne. Der bereitet ChatGPT oder die GPT 3.5 Turbo-Schnittstelle, das Model, in den Modus, dass es weiß, wie es reagieren soll. Weil wir sagen hier, ich möchte reines JSON haben und das ist auch noch ein Array, also selbst wenn wir jetzt nur ein Objekt hier hätten, ich will es immer in einem Array haben und kein Text drumherum. Reines JSON. Das sollte uns also quasi Source-Code liefern und nicht einfach nur ein Text. Source-Code im Sinne von, gut ist JSON jetzt Source-Code oder nicht, also zumindest eine Struktur liefern. In dem User-Teil geben wir dann wirklich unsere Anweisung mit. Und zwar funktioniert das Ganze hier so. Ich habe Adressdaten in folgendem Format und gebe dann serialisiert unsere Data-Struktur rein. Mit Max Mustermann und Straße und so weiter als JSON-Daten. Bitte erzeuge mir drei weitere Beispieldaten in gleichem Format mit schlüssigem Inhalt. Das ist einfach das ganz normale, gesprochene, geschriebene Prompt, was ich reingebe. Und in Response sollte dann ein Text mit diesem JSON-Inhalt drinstehen. Das können wir natürlich auch mal ausgeben. Response. Da müsste also, hier kommt ein JSON-Object raus, hier auch ein kleineres JSON-Objekt. Hier kommt zwar ein JSON-Objekt raus, aber noch als Text. Und das müssten wir dann erst noch wieder in ein Object umwandeln. Ich nenne es mal New Address Array. Und harze jetzt diesen String, der zurückgekommen ist, diesen Response String in ein Object. Dann müsste also hier eine Liste von neuen Adressdaten drinstehen. Und auch die geben wir dann mal aus. Auch da steppen wir jetzt mal Schritt für Schritt durch. Wir werden sehen, der Befehl, der wird ein bisschen dauern. Und dann sehen wir, was wir mit diesen Daten hier machen können. Speichere das nochmal ab und öffne wieder meine Konsole mit F12. Ich mache das Ganze mal leer und wir klicken hier drauf. So, über den ersten können wir mal schnell drüber gehen. Das ist wieder unser ganz normal geladener Datensatz. Auch der. Das funktioniert auch. Und jetzt feuern wir den Befehl mal ab. Der wird jetzt, wie gesagt, ein paar Sekunden dauern. In dem reinen Chat GPT, dann sieht man ja jetzt schon die Antwort Wort für Wort für Wort reinprasseln. Das geht mit der Schnittstelle leider nicht. Die bekommt das Ergebnis erst, wenn es komplett fertig ist. Ich habe mich deswegen jetzt auch mal hier auf drei Datensätze beschränkt. Insgesamt ist natürlich die Anzahl an Text, an Token, die im Moment verarbeitet werden können, von der Schnittstelle noch begrenzt. Gut, das wird sich natürlich in den nächsten Monaten und Jahren deutlich ändern. Gut, wir sind fertig hier jetzt inzwischen. Der erste Aufruf dauert auch schon mal ein bisschen länger. Ich habe es jetzt vorher noch nicht gemacht. Aber wir sehen jetzt schon in unserer Response, ist noch als String. Aber wir haben Datensätze zurückgekommen mit der ID 2 und darüber müssen wir später noch reden. Eine Anna Müller mit einer ID 3, in Peter Schmidt und mit der ID 4, Maria Huber. So, diesen String, der wird jetzt gepasst und wir haben hier unser JSON-Array in verarbeitbarem Format. Und geben das jetzt auch nochmal in der Konsole aus. Ich drücke hier auf 8, gehen wir auf die Konsole zurück und sehen das Ganze hier. So, wunderbar. Jetzt wollen wir das Ganze ja noch anzeigen und dann noch importieren. Wir haben schon ein Grid angelegt. Wie bekommen wir jetzt die Daten von dem OnClick Event hier ins Grid? Da gibt es verschiedene Wege für, wie so oft. Ich demonstriere jetzt mal einen, den ich ganz nett finde. Und zwar die Variable, die ich hier jetzt eben neu angelegt habe, die einfach nur innerhalb dieses Events bestand, weil es eine Let-Variable war. Die lege ich jetzt mal so an, dass sie ans App-Objekt gebunden ist. Das lebt ja die ganze Zeit, solange die App existiert. Also solange diese App existiert und geladen ist, lebt auch dieses App-Objekt. Und das hatte vorher die Variable New Address Array gar nicht. Die füge ich dann jetzt einfach hinzu. Sollte ich nochmal auf den Button draufklicken, würde die überschrieben werden mit den neu erzeugten Daten. Ich logge die dann auch noch hier weg. Und dann mache ich jetzt noch ein App-Refresh. Und zwar möchte ich mein Grid refreshen. Ich kopiere mir das hier nochmal in die Zwischenablage. Das brauche ich nämlich jetzt im nächsten Schritt noch. So, hier ist jetzt schön mein Array drin. Zwischengespeichert und lebt auch über dieses Event hinaus. Und ich sage am Ende von dem Event, das Grid soll refreshed werden. Und dem Grid kann ich jetzt noch sagen, es bekommt auch ein Event und zwar ein OnSubdataRequest Event. Dieses Event wird aufgerufen, wenn das Grid neue Daten haben möchte. Wenn es eine Datenquelle hinterlegt hat, wird auch dieses Event aufgerufen und das Ergebnis der Datenquelle wird mit reingegeben. Wir können die Daten dann noch manipulieren an dieser Stelle mit Script. Das wollen wir jetzt gar nicht machen. Wir wollen gar nicht Daten manipulieren, sondern wir wollen konkret sagen, welche Daten sollen denn überhaupt zurückgegeben werden. Also, es kommen praktisch keine Daten rein und wir manipulieren diese keine Daten auf. Wir haben Daten. Und dazu returnen wir einfach, sollten wir auch richtig schreiben, unsere App New Address Array. Okay, das ist ja gefüllt, weil durch das Click Event ist es gefüllt worden und das Click Event hat überhaupt uns unser Refresh aufgerufen. So, hier ist kein Blocken an und hier ist auch kein Breakpoint an. Der wird jetzt nicht, ja, ich könnte den Breakpoint anmachen, dann würde ich auch an der Stelle anhalten. Wir würden zumindest sehen, wann es passiert. Aber außer, dass hier diese Liste von Daten zurückgegeben wird, wird hier nichts weiter passieren. Ich drücke dann mal auf OK und jetzt klicke ich einfach mal auf Erzeugen, ohne die Konsole aufzumachen. Wir werden also nicht an den Breakpoint halten. Da hält man nur, wenn man auch die DevTools aufgemacht hat. Ansonsten wird dieser Breakpoint einfach übersprungen. Man kann den also schon mal hier angeschaltet lassen, ist nicht so schlimm. Und ich klicke jetzt da drauf und wir sollten danach, irgendwann ein paar Sekunden später, die Liste mit neu erzeugten Demo-Daten sehen. Da sind unsere Daten angekommen. Wir haben also eine Anna Schmidt, einen Hans Müller und eine Lisa Fischer mit, ja, ich würde sagen, plausiblen Daten. Wunderbar, die hatten wir jetzt schon angezeigt. Wie bekommen wir die Daten jetzt in den Adressenstammereien? Außerdem die IDs 2, 3 und 4. Wir haben schon eine ID 1, okay. ChatGPD hat richtig die IDs 2, 3 und 4 weiter vorhergesagt. Macht natürlich auch Sinn, aber 2 und 3 haben wir ja schon. Die ID wollen wir also eigentlich gar nicht importieren. Die soll die Bricksbox automatisch vergeben. Wir wollen nur die anderen Adressdaten vergeben. So, ich würde sagen, den Schritt, den teilen wir einfach mal, um es ein bisschen anschaulicher zu machen für den JavaScript Code. Und wir fügen jetzt mal eine weitere Row hinzu, darunter einen weiteren Button und den nennen wir Save. Der soll diese Datensätze speichern. So, dann speichern. Und natürlich braucht er noch ein Event und das ist ein OnClick Event. Jetzt haben wir ja schon unsere erzeugten Daten in App New Address Array drin stehen. Und über diese Daten müssen wir jetzt einfach nur noch drüber laufen in einer Vorschleife. Jetzt kommt ein bisschen komplizierteres JavaScript zum Tragen. Und nutzen da diese Vorschleife, um dann kein Load Config Record, sondern ein Save Config Record Befehl zu machen, um die neuen Daten zu speichern. Also als allererstes mal unsere Vorschleife. Let i gleich 0. Ich möchte eine Zählerschleife haben. i ist kleiner der Länge meines Arrays. Und i ist auch plus plus. Und ich schaue vielleicht noch zusätzlich, ob es dieses Array überhaupt gibt. Also ist das überhaupt schon mal hier abgerufen worden. Und für jeden dieser Durchläufe rufe ich dann den Befehl App Save Config Record auf. Und auch den schauen wir uns mal in Wiki an. Also ein Save Config Record. Config Name. Oder hier laden wir den Config Record. Mal so in Record.Data. Name hier in dem Fall oder Address Name oder wie das auch immer heißen sollte. So ist der Record aufgebaut. Im Prinzip genauso, wie wir den geladen haben. Müssen wir den jetzt auch wieder bauen. Mit Data drum herum. Und müssen dann sagen, für welche Konfigur wir den speichern sollen. Hier ist ein Beispiel, wo das in einem Befehl funktioniert. Das können wir uns eigentlich so mal rausnehmen. Kopieren wir das mal so. Und ändere das mal kurz hier ab. Hier mache ich auch App draus. Ich will konsistent immer mit App arbeiten bei uns hier. Das wäre ja Address. Und dieser Teil, der kommt jetzt aus unserem Array. Und sagen, hier wollen wir das IT-Element haben, weil unsere Schleife da drüber läuft. Ja, da kommt kein Semikolon hin. Das kann da. Ich formatiere das mal kurz. Muss aber noch eine Sache machen. Weil in unserem Beispiel, ich hoffe, die Daten haben wir jetzt nicht mehr. Aber in unserem Beispiel haben wir ja auch die ID 234 da drin stehen. Die brauchen bzw. dürfen wir aber gar nicht haben. Weil die soll die Bricksbox ja automatisch vergeben. Und wenn wir die jetzt angeben würden, würden wir unsere bestehenden Datensätze überschreiben. Das wollen wir nicht. Dazu muss ich aus dieser Enten-ID diese Eigenschaft rauslöschen. Also während wir hier durchlaufen durch unser Array, löschen wir diese Eigenschaft raus. Oder, nee, ich mache das an einer anderen Stelle. Ich mache das schon vor dem Aufbereiten. Also nach dem Abholen der Daten. Oder eigentlich schon vor dem Abholen der Daten. Wir lassen die ID gar nicht erst erzeugen. Machen wir es so. Machen wir es so. Ich lösche das hier weg. Machen die Daten schon so sauber von Anfang an, wie sie sein sollen. Und gehen hier in unser On-Click-Event. Und machen dieses Delete auf unserem Beispiel schon. HDR-Record, Data-ID. Die löschen wir schon raus. Das heißt ChatGPT wird gar nicht wissen, dass da eine ID drin ist. Und wird uns dementsprechend auch keine neuen IDs erzeugen. Ja, aber sollte so funktionieren. Auch hier mache ich nochmal beide Checkboxen an. A möchte ich durchsteppen, um euch das zu zeigen. Und dann kann das auch ein bisschen dauern. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall auch den Input blocken. Okay. Und dann hier. Ich drücke nochmal auf F12. Mach mal alles leer soweit. Konsole leer, damit wir hier keine unnötigen Sachen drin stehen haben. Und klicke jetzt erstmal hier auf Erzeugen. Ja, den hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht. Ich lasse das mal durchlaufen mit F8 mal schnell. Erzeugen also erstmal neue Daten. So, haben wir unsere Daten. Anna Müller, Hans Schmidt, Julia Koch sind dabei rausgekommen. Die sind da. Und dann klicken wir jetzt mal auf Speichern. Auch da müssten wir wieder an unserem Eventcode ankommen. Wir können mal kurz gucken, was in der Konsole so abgegangen ist. Das haben wir also ausgegeben. On Subdata Request ist ausgeführt worden. So. Und klicken auf Speichern. Stehen wieder in unserem Debugger. Und jetzt sollte unsere Schleife hier durchlaufen. Die Länge ist 3. Wunderbar. Und schauen wir auch mal direkt, ob die ID jetzt nicht mehr drin ist. Ist nicht drin. Wunderbar. So. Dann mit F10 durch. Unser erster Schleifendurchlauf sollte jetzt den Address Record speichen, den wir hier neu erzeugt haben. Das müsste für die Anna Müller sein. So. Wir haben das Ganze dreimal gemacht. Jetzt müssten wir fertig sein. Ich drücke auf 8. So. Schauen wir mal unter Netzwerk. Hier sind Save-Operationen zu sehen. Die sind auch erfolgreich gewesen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal die Adressliste in einer neuen Browser-Tab auf und sehen hier unsere Anna Müller, Hans Schmidt und Julia Koch eingefügt mit E-Mail-Adressen ihrer Stadt. Irgendeiner wahrscheinlich fiktiven Postleitzahl und Straße und so weiter. Und das alles mit, was haben wir hier, 13 Zeilen Code, eine Zeile Code und 5 Zeilen Code. Unter 20 Zeilen geblieben unterm Strich. Und der Chat-GPT-Anbindung. Ja. Super schnell ist die im Moment noch nicht. Aber auch da gilt natürlich, wie bei den meisten KI-Sachen, das ist der schlimmste Zustand, wie es im Moment sein wird. Das wird also besser werden von hier an. Das wird schneller werden. Das Token-Window, die Breite an Informationen, die man rein und raus geben kann, die wird besser werden mit den nächsten Versionen. Und ich bin mir sicher, da kann man eine ganze Menge tolle Funktionen für die Bricksbox einbauen. Nicht nur in Richtung Erzeugen von Demo-Daten. Das ist sicherlich ein totaler Nischen-Anwendungsfall und auch kein wirklich praxistauglicher vielleicht. Aber wir haben jetzt schon Möglichkeiten, uns hier E-Mail-Vorlagen erstellen zu können. Auftragsbezogene Daten, wo wir auch Auftragsdatensätze reingeben und dann daraus basierend Texte erstellen können, Tabellen erstellen können, Daten analysieren können, Katalogtexte erstellen können, basierend auf Mustern. Also die Möglichkeiten sind unglaublich groß. Das alles direkt eingebunden und abgesehen von dem OpenAI-API-Key, den ich hinterlegt habe in den Settings, vielleicht da noch mal kurz, ich glaube, ich habe es eben nicht gezeigt, unter Einstellungen. Ich mache das auch mal in der neuen Tab auf. Da muss man den OpenAI-API-Key hier hinterlegen. Den müsst ihr euch natürlich bei OpenAI besorgen und gegebenenfalls auch dafür bezahlen. Da gibt es einen kostenlosen Testzeitraum, glaube ich noch, den er hinterlegt. Und mehr als diese vier Zeilen braucht man für den Aufruf da nicht. Man kann in Zukunft da noch mehr steuernde Informationen mit reingeben, wie welches Model soll benutzt werden. Wenn wir Zugriff auf GPT-4 haben, dann werden wir den natürlich auch da ermöglichen. Und man kann sich dann noch für das entsprechende Model entscheiden, was vielleicht besser für die Textgenerierung da ist oder was besser für Code-Generierung da ist. Möglichkeiten sind unendlich. Was ich vielleicht auch noch ganz kurz dazu zeigen möchte, wäre unsere KI-Such-Engine, unser Project Marjorie und erreichbar unter assistantbricksbox.net. Und hier haben wir unsere Bricksbox-Wiki-Dokumente embedded. Man kann also hier Fragen zu den Wiki-Dokumenten stellen. Auch da braucht man eine Zeit lang. Das Ergebnis ist nicht immer hundertprozentig, wie bei allen KI-Sachen so üblich. Aber wir haben ein paar vorgefertigte Beispielabfragen, die man machen kann. Wie erstelle ich nur Combo-Works? Wie fülle ich ein Feld für Bricks-API? Und wir werden hier sehen, wir werden gleich schon konkret Beispiele aus der Bricks-API sehen, die dann auch mit wirklichen Real-World-Beispielen aus unserer API gefüllt sind. Haben also hier schon wirklich Bricks-API-Set-Field-Value und so weiter. Ja, dann nochmal zusammengefasst. Wir haben deutlich mehr JavaScript-Know-how jetzt benutzt. Haben debugged, haben das Ganze im Log angeschaut, haben mehr Befehle benutzt und auch länger dauernde Befehle benutzt. Auch Events benutzt, die aufeinander aufbauen ein bisschen. Das On-Click-Event, was die Daten erstmal besorgt. Das On-Subdata-Request, was die Daten dann später erst benutzt. Und vielleicht auch der Save-Button, der dann diese vorher abgeholten Daten dann später wegschreibt in der Schleife. Wir haben Schleifen benutzt. Also schon deutlich mehr Advanced JavaScripts. Sind insgesamt unter 20 Zeilen aber geblieben für, ich sag mal, eine so mächtige Funktion wie konkret zu unserem Beispiel neue Datensätze erzeugen und die fortschreiben. Also ich denke, da ist man mit 20 Zeilen immer noch im Low-Code-Bereich. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Ich hab's schon mal im Intro-Video erwähnt. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anforderungen habt, wenn ihr irgendwas Spezielles sehen wollt, ein spezielles Thema abgehandelt haben wollt, dann ziehen wir das einfach vor. Meldet euch gerne bei uns. Wir können es notfalls auch anonymisieren, wenn das nicht euer Projekt irgendwie zu sehr zeigen soll, dass es irgendwo sichtbar ist. Da kriegen wir irgendeine Möglichkeit hin, dass wir dieses Szenario einfach ganz woanders oder in unserem Bike-Shop hier einbauen. Kein Problem. Sonst bei Kritikanregungen gerne melden. Wir sehen uns im nächsten Video. Dann geht's weiter. Ciao.